Ja, hallo, ich bin der Fizikantler. Hört ihr das Klingelingeling? Wir sind ja durch den letzten Winter so viel rübergekommen. Das mit den Waschlappenempfehlungen und Keil zu waschen ist sehr gut angekommen. Auch die Wirtschaft profitierte davon, weil der Absatzmarkt von den Waschlappen ist stark, sehr stark, verkaufsmäßig gestiegen. Aber eine Bitte habe ich noch an euch Bürger. Bitte, bitte, weniger Wasser verwenden. Bitte. Bitte. Denn weniger ist manchmal mehr. Und Weihnachten steht doch bald vor der Tür. Was habt ihr euch gewünscht? Eine Gasheizung? Eine Elektroheizung? Brauche ich mal eine Wärmepumpe? Nein. Sagt es mir doch. Und bestellt doch beim Christkind vorab mal eine Vollisolierung für euer Haus. Das kostet halt ein bisschen. Aber wenn man es schön warm haben will und vielleicht noch keinen Waschlacken mehr waschen will, dann ist es fällig. Zu mir sagt das Christkind wie jedes Jahr klingelingeling. Habeck, dein Konto ist wieder mal voll. Gut anlegen, Habeck. Gut anlegen. Aber bitte nicht in Deutschland. Gut anlegen. Gut anlegen, Habeck. Gut anlegen, Habeck. Gut anlegen, Habeck. Gut anlegen, Driving number anlegen. Gut anlegen, Habeck.